Und damit herzlich willkommen liebe Battlefield Freunde zu Battlefield 1. Wir sind in der Schlacht über London und jetzt geht's los. So, da sind sie. Ich krieg dich. Jetzt habe ich ihn. Der ist hin. Wir haben einen am Heck. Ausweich! Ausweich! Ja, ja, ich habe ihn ja schon gesehen. Ja, der ist weg. Wah! Schon wieder einen am Heck hier. Er hat uns im Visier. Na? Ich krieg dich. Ja! Kollegen helfen wir. Ja. Jawohl, der ist hin. Na, dann holen wir uns doch mal den Let's Stand. Ah, der marschiert gleich ab. Hier geht auf mich! Jippie! Jippie! Neues Problem. Da sind Bomber! Oh, oh, oh. Die Bomber sind das Ziel. Konzentrier dich darauf. Gebe Vollgas und geh den Sturzflug, damit ihre Schützen uns nicht erwischen. Nein, 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 nein! So, einen haben wir. Der ist weg. Wir schnappen uns mal den da. Der ist weg. Kurz mal schnell ein paar Schrauben festziehen. Der ist auch hin. So, mal kurz abdrehen hier. Mit grad'n bisschen viel. Oh! Ja, los, los, los! Lad nach! So, den haben wir auch. Oh. So. Scheiße. Na, großartig. Bei der Versprechung hieß es, du sollst von hinten kommen, möglichst schnell, oder von unten hochziehen, um ihren Geschützen zu entgehen. Jäger nähern sich. Vorsicht! Jetzt wird's gerade mal ein bisschen knapp. Oh, Schwein gehabt. Mist. Ja, der ist hin. Oh, oh. 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 Na, super. Boah, ey, ey, die ganzen Jäger hier, alter. Oh, oh. Ich geh mal ein bisschen runter. Ich geh mal ein bisschen runter. Ich geh mal ein bisschen runter. Zwischendurch immer mal wieder reparieren. Ja, das Ding macht nicht mehr allzu lange. Ui. Ja, das kriegen wir schon hin hier. Ich repariere nebenbei immer nur das Schiff. Äh, das Flugzeug. Ja, das ist ein Schiff. Ja, das ist ein Schiff. Ja, das ist ein Schiff. Lee Und jetzt? Na toll. Na super. Ach du Scheiße, jetzt klappere ich hier auf so einem brennenden Zeppelin rum. Ich seh's nicht richtig. War der aus? Woah. Vorsicht. Wir haben die Geschichte von allen Seiten. Ich sehe ihn. Wer ist da drüben? Das ist der. Scheiße. Nein, nein, nein. Äh. Hm. Hey, bist du okay? Alles gut. Alles okay. Finde einen Weg zu unten nach oben. Ich geh rüber zu der Flak. Okay, mach ich. Aber wenigstens hab ich jetzt ne Pistole. Ach du Scheiße. Jetzt renne ich hier auch noch. Ach man, äh. Die kommen auf Ideen. Was? Guti. Das kann nicht schaden. Oh. Vielleicht hat hier einer von denen ein bisschen Munition für mich. Nö. Na gut. Ich hab auch erstmal genug. Gucken. Vielleicht liegt ja hier irgendwo dieses olle Tagebuch. da ist es. Da ist es. In dem Level gab's nämlich, glaub ich, bloß eins. Genau. Haha. Und jetzt bin ich dran mit einer Reihe sein. Ja. 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 So. Der Zeppelin ist hin. Boah. Ey. Au. Wer bist denn du? Ich bin ja schon dabei. Ui! Hohohohoho! Flammenhölle in der Luft! Flammenhölle über London. Das war so ein geiles Bild eben. Das wird auf jeden Fall der Thumbnail. Und das ist meine Geschichte. Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten. Und der dadurch selbst gerettet wird. Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen. Ein abtrünniger Pilot, der im Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet, sich durch Lug und Trug durch die halbe Westfront mordet. Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen. Willst du? Aber das ist alles Unsinn. Meine Vision ist die Wahrheit. Sonst würde ich sie doch nicht erzählen. Oder? Ja, damit haben wir den nächsten Akt geschafft. Mit einem Finale Furioso. Also das war echt geil eben. Flammenhölle über London. Genial. Ja, und dann soll's das erstmal gewesen sein. Einen haben wir noch vor uns. Und zwar der Meldegänger. Nehmen wir uns dann als nächstes vor. Stürme die Strande von Galipoli. Im Schutz der Geschütze der bis dato größten Flotte aller Zeiten. Oh, das wird so ein bisschen in Richtung Seekampf gehen. Auch geil. Hier sage ich jetzt erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen treuen Tag. Einen tollen Tag. Lasst einen Daumen und ein Abo da, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.